Schatz, ich komme heute Abend nicht zum Abendessen. Ich ziehe aus. Cool. Kannst du auf dem Weg Milch mitbringen? Hast du gehört? Ich habe gesagt, ich ziehe aus. Ja, habe ich Ziegenmilch oder Hafermilch? Vergiss die Milch. Ich nehme Flauschi mit. Wer ist Flauschi? Unser Hund seit fünf Jahren. Wie kannst du das vergessen? Oh, dieses Fellmonster. Ich dachte, sein Name wäre Rambo. Ich nehme auch den Fernseher und die Playstation mit. In Ordnung, aber lass den Toaster hier. Wir haben eine Verbindung aufgebaut. Du bist so kalt geworden, seit du diesem Finanzguru folgst. Emo Tommy? Nein, ich bin jetzt eher ein Captain Cash-Typ. Das ist lächerlich. Du musst doch am Boden zerstört sein, dass du mich verlierst. Am Boden zerstört ist ein starkes Wort. Ein wenig genervt vielleicht? Ich wette, du bist eifersüchtig. Ich ziehe zu meinem Fitnesstrainer. Weiß er von deinem Schnarchen? Das klingt wie ein Güterzug, der mit einer Kettensäge kopuliert wird. Er ist viel muskulöser als du. Super, dann kann er dir helfen, die Couch zu tragen. Er hat einen Männerdutt und alles. Ah, der Ich-habe-2015-meinen-Höhepunkt-erreicht-Look. Mutige Wahl. Ich habe genug von deinem Sarkasmus. Hi, ich habe genug von deinem Sarkasmus. Ich bin Dad. Ernsthaft? Du bist so ein Kind. Nein, ich bin immer noch dein Ex. Mach nur weiter. Weißt du was? Ich gehe jetzt. Denk an deine ganzen Teilnehmer-Auszeichnungen. Das ist alles, was du zu sagen hast? Ich habe genug von dir. Hi, genug von dir. Ich bin... Warte, das habe ich schon benutzt. Ach, auf Wiedersehen für immer. Für immer? Können wir stattdessen auf ein langes Wochenende verhandeln? Du wirst es bereuen, jemanden wie mich zu verlieren. Wahrscheinlich. Wer sonst würde den Toilettensitz für mich runterklappen und meine fleckigen Unterhosen aufheben? Ich kann nicht glauben, dass es so zwischen uns endet. Warte, bevor du gehst. Was jetzt? Ich bin eigentlich nur der Uber-Fahrer. Dein Freund hat sein Handy in meinem Auto liegen lassen. Er wartet noch immer im Restaurant auf dich.